Seit zweieinhalb Jahren ist der Wimberger Haus an den Standorten Ips und St. Georgen am Walde angesiedelt. Schnell hat sich die gute Qualität und Verlässlichkeit von Wimberger Haus herumgesprochen. In diesem Jahr bauten die Newcomer in unserer Region bereits 80 Häuser. Die Bauweise bei Wimberger Haus ist ziegelmassiv und werthaltig. Der Kunde kann vieles individuell beeinflussen, bis hin zum schlüsselfertigen Haus aus den Händen der Baufirma. Außerdem kann man selber mithelfen und dadurch bis zu 25 Prozent der Kosten sparen. Wer Anregungen braucht, kann aus der Baufamilienmappe aus 40 Hausideen seinen Haustyp aussuchen. Also ich wollte eigentlich immer schon ein eigenes Haus haben, war nie so der Wohnungsmensch und habe mich dann dafür entschlossen ein Grundstück zu kaufen mit meinem Partner und das hat sich dann recht gut ergeben, weil meine Schwester eigentlich auch immer den gleichen Wunsch gehabt hat und dadurch haben wir jetzt zwei gegenüberliegende Häuser und das passt recht gut. Also prinzipiell war es so, dass eben nochmal wirklich sehr wenige Baugründe in der Kirche eben frei waren und meine Schwester hat sich dann eben dazu entschieden, dass sie eben Haus bauen möchte, also dass sie sich in Grund kaufen möchte und ja, ich habe dann eigentlich auch gleich gesagt, passt, dann nehme ich gleich den Gegenüber, weil passt perfekt, ich wollte sowieso immer Haus bauen, ich wollte nie in eine eigene Wohnung und ja. Der durchdachte Grundriss eines Wimberger Hauses harmoniert mit den Aufbauten und Details. Die Kunden werden immer mit eingebunden und ernst genommen mit ihren Fragen und Anliegen. Für die Planung und die Brieftasche sehr wichtig sind fixe Termine und fixe Kosten. Das war eigentlich auch noch ein Hauptgrund, warum wir die Firma Wimberger gewählt haben, weil man da eigentlich auch einen Fixpreis vereinbaren kann und das ist schon einmal wichtig, dass eigentlich das Hauptprojekt, die Summe eigentlich festgelegt ist, dass man da weiß, da kommt man nicht drüber, sondern vielleicht eher drunter, wo man irgendwas einsparen kann. Den Rest haben wir dann eigentlich mit der Finanzberatung auch von der Firma Wimberger dann durchgesprochen, die verschiedenen Gewerke abgeschätzt und Angebote dann gemeinsam eingeholt, damit man dann eben die Gesamtsumme im Überblick hat und ja, momentan sind wir da eigentlich nur guter Dinge, weil wir einfach das vorher wirklich gut geplant haben, gemeinsam mit der Baufirma und auch intern für uns. Ich hätte es zum Beispiel nie erwartet, dadurch, dass mir immer wieder her, dass es eben Bauschwierigkeiten geben kann, war ich da eben sehr überrascht, dass das Wimberger eigentlich gar nicht so war. Also es hat wirklich von Anfang an alles gepasst, also auch mit der Koordination, dadurch, dass zwei Roboter, zwei Häuser sind und so poliert, da war da echt super, da hat das beides immer total super koordiniert und vom Ablauf her, vom Material, von der Aufteilung, also ich hätte mir das wirklich nie so einfach vorgestellt, also die waren da wirklich immer, ja, top. Sie waren sehr kompetent, wir haben immer mithelfen dürfen, sie haben uns natürlich auf die Finger geschaut, natürlich, sie müssen auch das Ganze gewährleisten und so haben wir wahnsinnig viel gelernt und bin froh, dass wir über die Firma abgetragen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, das ist beste Qualität. Die Kundenzufriedenheit wird bei Wimberger Haus großgeschrieben. Bezüglich der Bauzeitplanung ist es so, wir stimmen das alles ab, vorab mit der Kundschaft, wann ist möglich ein Baubeginn, wir haben sich einfach aufs Einfamilienhaus spezialisiert und wir wissen, wie lange ein Haus dauert, sprich, uns schiebt ein Vorprojekt nicht hinaus, dass wir das nächste später beginnen können, sondern wir sagen wirklich, da können wir beginnen in Abstimmung mit der Kundschaft und da sind wir fertig. Und mit diesen zwei Systematiken eigentlich ist Budget und Bauzeitplanung für den Kunden abgehackt und zwar eigentlich überhaupt kein Thema. Dadurch, dass wir eigentlich familiär relativ viel Unterstützung gehabt haben, die Firma Wimberger super gearbeitet hat, haben wir dann eigentlich sogar den Fall gehabt, dass wir teilweise Termine vorverlegen haben können und sind eigentlich nie irgendwie in den Verzug gekommen oder haben eigentlich dann Phasen gehabt, in denen es recht stressig war für uns oder für die Firma Wimberger, weil man einfach schon den Termindruck gehabt hat, also das war für uns eigentlich immer recht entspannend. Der Erfolg der Hausprofis kommt nicht von ungefähr. Jede Firma kann nur so gut sein wie ihre Mitarbeiter. In diesem Bereich investiert Wimberger viel. Die Wimberger Gruppe, die es noch an zehn anderen Standorten gibt, hat eine eigene Mitarbeiter- und Lehrlingsakademie. Als zusätzliche Serviceleistungen machen die Komplettanbieter auch Finanzierungs-, Förderungs- und Einrichtungsberatung. Wir haben am Standort in Ips neun Lehrlinge, also sehr, sehr viele eigentlich für unsere Mitarbeitergröße, weil wir einfach sehen, das sind die Facharbeiter von morgen und diese Lehrlinge bilden uns, bilden uns wir selbst zu den Facharbeiter von morgen aus und denen geben wir unsere Werte schon mit, unsere Details mit, unsere Qualitätsschiene mit und diese neuen Lehrlinge stehen noch gegenüber der Gesamt 45 Mitarbeitern, die wir am Standort zurzeit haben. Es beginnt mit einem Bauplan aus der Wimberger Gruppe und der Traum vom eigenen Haus wird massive Wirklichkeit.